Heute hatten wir ein Tagesgebet. Ich lese es noch einmal vor und man findet dieses Tagesgebet einfach, wenn ich einmal aufschlagen soll, dann werde ich mir nicht drüber sprechen. I will preach on this prayer, which is for this Easter day. And this is page 554. 553, 554, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Da steht geschrieben. Ein mächtiger Gott, du hast durch deinen eingebohlenen Sohn den Tod geborgen. Jesus, overcome death, du sagst. And he opened the door to eternal life. We ask you humbly, wir bitten dich demütig. Schenke, dass wir die guten Begierden. Schenke, give us, that the good desires in uns, which are given, which were given through grace to us, and you have aroused them in us, the good desires, that these good desires will also come to conclusion and to practice. Diese guten Wünsche, dass diese guten Wünsche auch zur Erfüllung und umgesetzt werden im Leben zu taten. Dazu brauchen wir eine Auferstehung in unserem Leben. Das Gebet beginnt am Auferstehungsfest damit, dass wir sagen, ein mächtiger Gott, ein mächtiger Gott ist. Nur durch den allmächtigen Gott kann eine allmächtige Auferstehung geschehen. Und wenn wir solche einige Worte auch lesen im Alten Testament an anderer Stelle, in 1. Samuel 2, 1 bis 2 und 6 bis 8, da wird etwas über die Hannah gesagt, die keine Kinder hat und die den Allmächtigen anruft. Gott ist ihr einziger Fels. Sie kann keine Kinder bekommen, aber Gott erhört Menschen, er erniedrigt sie, lässt sie verarmen und reich werden, sagt Hannah in ihrem Gebet. Gott tötet. Aber dann sagt Hannah in ihrem langen Gebet, er macht auch lebendig. Gott tötet und macht auch lebendig, sagt die Frau, die keine Kinder hat. Und wie Hannah und Jesus dürfen wir auch Gott in unserem Leben erfahren, in unserer Gemeindesituation, in deiner persönlichen Erfahrung. Und du kannst auch, wie Hannah, Jesus in deinem persönlichen Leben erfahren. Sie kauft den allmächtigen Gott, weil er keine Kinder hatte. Sie sprach in der langen Gebetracht, er kann zu töten, und auch sie kann zu töten. Das ist, was passiert auch in Jesus' Leben. Gott hat der Allmächtige seinen Sohn durch den Tod hindurchgeleitet und am dritten Tag ihn zum Leben erweckt. Gott Almighty sieht, was für eine allmächtige Tat hat er getan. Und im heutigen Johannes-Evangelium lesen wir in John 21-10 about the Almighty Resurrection. Da kommen die Nachfolgerinnen Jesu zum Grab. Wer könnte denn diesen Riesenstein wegrollen? Wäre er und vielleicht noch jemand anders als eurer Gemeinde in Neuss, den Riesenstein. Nein, sie stehen davor, ohnmächtig, aber der Herr ist allrichtig. Ja, sie kennen ihn nicht. Und dann ist er weggerollt durch die allmächtige Tatfahrt. Das ist doch ein Schaugebiet, weil der Almighty geht auf Gott lebt. Es konnten durch. Gab der nicht. Aber noch mehr. Die Apostel laufen. Petrus läuft. Johannes läuft. Auch diese erkennen die Allmacht Gottes. Peter and John is running. Oh, they recognize also the almighty deed of God. Not because the stone is over the way, but Jesus is music. Jesus is aufermacht. They are just something left over. Jesus is not there. Die Totentücher. The linen is there. They recognize it. The linen, the almighty deed of God. Was ist geschehen? Gott hat den Tod seines Sohnes, den Tod als Überbleibsel aus dem Sündenfall, jetzt durch die Auferstehung überwunden. Gott überkam die Sünden, die eternal death und hat uns gezeigt in der Resurrection von Jesus. Dies ist die Vergivnis von Sünden forever and dead. Die Sünden ist forever endet in Jesus als die Hoffnung für uns. Ja. Die einen werden bei Gott sein, die anderen aber werden ewig getrennt sein, die nicht auferweckt werden von Sünde, Tod und Teufel. Damals begreift eigentlich nur Johannes die allmächtige Tat Gottes. Nämlich, dass Jesus nach den Aussagen der Schrift vom Tode auferstehen musste. Johannes verstand die Schrift, er glaubte der Schrift, er erkannte, dass die Schrift und die Auferstehung Jesu eins ist, er glaubte damals schon, alle anderen nicht. Die anderen dürfen wir verstehen als Jesus später und glauben später. Only John knew the Scripture and saw as the Scripture of Jesus' Resurrection was one and he believed only disciples the other eleven or ten believed later. Nun beten wir auch noch now we continue to pray. Du hast deinen einzigen Sohn durch deinen einzigen Sohn den Tod überwürgt und uns die Tür zum ewigen Leben aufgemacht. Jesus öffnet das frühere Gefängnis des Todes für alle alttestamentlichen Gläubigen und führt sie jetzt schon in den Himmel. In die Freiheit des ewigen Lebens. Ostern ist Türöffner Easter ist die Türöffner für heaven. Die Curtain departed in den Tempel ripped apart. Wir sehen die Türöffner into heaven. This zum schönen Paradies Der Kerob steht nicht mehr dafür Gott sei Lob er und preis Gott sei Lob her und preis Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies Der Kerob steht nicht mehr dafür Gott sei Lob er und preis Gott sei Lob er und preis Solltest nicht du und ich Gott an diesem Tag besonders Lob und Preis bringen sagt Thank you Lord The door is open Yes Lord Is it Dann unser Ostergebet sich auf diesem allmächtigen Tag Gottes stützt bei Hannah bei Jesus in unserem Leben Ist es nicht verwunderlich dass sich gerade zu Ostern unser Gebet um gute Taten prägt Isn't it that just our thankful prayer circles around the good deeds now after we praise God Nämlich dass die guten Begierden zur Ausführung im Leben kommen werden die good desires become seen in our life not only in our hands not only in our mouth but in our hands The Tür Öffner öffnet uns den Weg für Diebestaten Wenn wir zum Glauben gekommen sind so Johannes dann sind gerade diese guten Taten allein sind uns weg auf dieser Erde Der Sinn des Lebens besteht nach der Tür Öffnung den guten Taten hier und heute und jetzt Jesus war gekommen um allen Menschen Böses oder Gutes zu tun Jesus came to do all mankind bad things or good things and we pray that we also follow him and do good things to all men but mostly to brothers and sisters of the Christian faith Bevor wir aber am Lebensende durch die Tür ins Paradies gehen zum Vater sollen wir wegen der Auferstehung Jesu auch viele guten Taten hervorbringen nicht weil wir ins ewige Leben uns den Weg verdienen wollen sondern aus Dankbarkeit dass ihr die Tür zum ewigen Leben goethe goethe not we don't do good deeds to go to heaven but Jesus opened the door to heaven for us which have been in prison forever open the door to heaven and now follow him and do the good works the good deeds because we are thankful now hören wir noch ein paar Worte now hear a few more in this prayer flöße in uns das gute verlangen ein dass du durch deine besondere Gnade in unserem Sinn erweckt hast damit wir durch deine beständige Hilfe das auch zur guten Auswirkung bringen können gute Taten ja aber es gibt auch Menschen die sehr viele guten Taten tun auch christliche Taten und diese Taten immer im Mittelpunkt stellen und sagen guck wie viel ich missioniere guck wie viele Traktate ich verteile schau wie ich die Kranken besuche sie wie ich beim Essen helfe wie ich kehre wie ich arme Leute besuche die erzählen alles was sie tun im sozialen Bereich sagt man tu Gutes und erzähle jedermann davon dass die Leute dann das soziale spenden es gibt auch viele Christen die das nicht erkennen wir nennen die tun aber das ist oft faszin wenn du tun aber du nennst 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 Da wir aber auf Gottes Allmacht und durch den Auferstand in Christus vertrauen können, der den Tod und die Todesmacht besiegt hat, wissen wir, dass er auch heute noch mit dieser Macht uns ganz nahe ist. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeit. Wie viel mehr werden wir jetzt gute Werke wirken können durch den, der uns so geliebt hat und der bis ans Ende der Welt uns diese Auferstehung gab? Wie viel mehr können wir jetzt für ihn, der Gott uns so lieb, der uns so viel lieb, der uns so lieb, und der uns in seiner großen Reise, die Kraft und die Kraft erbaut hat, bis zum Ende der Welt zurückgekommen. Und wie geschieht das zum Schluss? Wir hören in Kolosser 3, 1 bis 4, dass wir in unserer Taufe und durch das Vertrauen auf Christus vom Sündentod auferstanden sind. Wo befinden wir uns? Unser Haupt ist im Himmel. Und da ist Christus. Und da ist unsere Heimat. Schaut dahin, was droben ist. Christ, according to Kolosser 3, 1 bis 4, ist in Heaven. Our head is in Heaven. Our citizenship is not in Eritrea, in Ethiopia, not in Germany, and not in America, and so on. Our citizenship is in Heaven, where Christ is already ruling, so that our heads and our minds be there. And while we walk on Earth in love and the strength of His resurrection, we can overcome all the rest of sin and difficulties. Wir können das überwinden mit dieser Auferstehungskraft, wenn unser Kopf in Himmel, with our hands already in our minds be there. Durch den Heiligen Geist. Gott, der Allmächtige, hat die Auferstehung Christi bewirkt. Nun kann der auf dem Regierungsbohnen sitzende Christus auch dir und mir einen guten Wunsch und einen guten Willen immer schenken. Nun kann der auf dem Regierungsbohnen sein. Der wird euch befähigen, gut zu handeln. Er will den Samen seiner Liebe zum Guten verlangen, in uns sehen, damit viele Liebeswerke in Christus sichtbar werden. Durch Gottes Allmacht sollen wir zu liebes Taten auferstehen. Dies geschieht aber allein, wenn wir beten, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist ein einiger Wort leben unter dir. Und jetzt bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank.